Hallöchen und herzlich willkommen zu Realistisch und Schwer Kerbel Space Program Real Progression 1 Realism Overhaul Real Scale Solar System. Kleine Vorbereitung habe ich auch schon mal gemacht. Ich habe Raketen gebaut, unser Launch Vehicle, das 9,3 Tonnen kann. Habe ich Mars Flyby 1 und Mars Flyby 2 hier, die 48 und die 49, schon mal gebaut, könnte man sagen. Also habe quasi die Sonde, die wir haben für Venus, habe ich da oben reingesetzt, aber die hat noch ein kleines Problem, nämlich nicht genug Strom. Wenn wir zum Mars fliegen, sind wir weiter von der Sonne weg und da sind unsere Solarzellen längst nicht so effizient und da haben wir wahrscheinlich gar keine Chance, so viel Strom zu produzieren, wie unsere Antenne braucht. Aber ich habe die jetzt trotzdem mal schon mal eingesetzt, dass wir reingehen können und sie editieren. Also die bauen jetzt gerade. Ja, ich habe mir ein bisschen viel vorgenommen gehabt. Hier Real Progression 1 ist, äh, ähm, das ist eine Sache, die lange braucht. Gut Ding will Weile haben, würde ich jetzt einfach auch mal sagen. Ähm, die sich zieht, wo man Geduld haben muss, äh, wo man viel lernen muss und wo, naja, viele Dinge gleichzeitig passieren und man, äh, immer in kleinen Schritten vorangehen muss. Das ist so ein bisschen wie, ähm, ich gucke total gerne XCOM und XCOM 2. Ich weiß nicht, äh, falls ihr das kennt, XCOM von 2012, äh, Firaxis. Ähm, da gibt es auch eine Mod für, es ist Long War, das macht quasi aus dem Vanilla Game ein, ein, äh, Spiel, wo du dann quasi, ähm, Monate und Jahre dran spielen kannst an einer Kampagne. Und so ähnlich fühlt sich Real Progression 1 auch hier an. Also, ähm, viele kleinere Schritte. Äh, wir haben Venus Flyby, den sollten wir hinkriegen. Mars Flyby, gucken wir uns gleich an, ähm, wie das, äh, wie das denn aussieht in der Maschinenhalle. Ich finde auch, dass wir den Mond nicht ganz abschreiben sollten, den möchte ich noch mal in Angriff nehmen, weil, ähm, nächstes Stück Forschung könnte uns da helfen, nämlich Early Interplanetary Avionics and Probes. Wenn wir das erforscht haben, dann können wir einfach die Sonde, die auf dem Mond Lander drauf sitzt, deutlich leichter machen. Das hilft auch allen, äh, Satelliten, die, äh, oder Sonden, die jetzt zu Venus, zum Mars und sowas, äh, äh, hinfliegen sollen. Und First, äh, RTG habe ich jetzt einfach mal hochgenommen, weil wir das eventuell für, ähm, für den Mars ganz gut gebrauchen könnten. Und, äh, ja, und dann haben wir noch einiges an Wissenschaftspunkten, die wir ausgeben könnten. Aber, ähm, wir haben ja auch noch ein bisschen, also nicht super viel Zeit, aber bis das Mars, äh, ähm, äh, Window kommt, haben wir noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wir könnten auch noch mal gucken, ob wir nicht, ähm, irgendeinen, äh, irgendeinen Satelliten für Geld hochballern wollen. Und da gibt es hier, ich habe mir mal alle so ein bisschen durchgeguckt, da gibt es einige, ähm, Verlockende mit den Flugzeugen möchte ich eigentlich nicht mehr rumhantieren. Das kostet auch nur Zeit und ich bin eigentlich eher an Raketen interessiert. Ähm, wir können, äh, Commercial Communication Satellite Early, da haben wir gerade hier, äh, Current Reward ist, äh, 192% of its normal value, äh, weil wir davon schon mal einen gemacht haben und dann gibt es da irgendwie einen Bonus drauf. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber den hier könnten wir auch annehmen, weil da müssten wir eigentlich eine Rakete für haben. Wobei, hier sind die Höhen, ähm, schon krass. Das weiß ich nicht, ob ich das einfach so, ähm, einfach so hinkriege. Oh mein Gott! Äh, annehmen und Wurstsalat klärt mich gerade auf. Der Bonus ist abhängig davon, wie groß die Abstände dazwischen sind, also zwischen den verschiedenen Raketenstarts. Okay, das heißt, weil wir davon schon einen gestartet haben, kriegen wir jetzt hier einen großen Bonus, weil das so lange her ist. Weil wir 328 Tage von 60 Tagen, ja, dann würde ich ja mal sagen, den hier nehmen wir mal an. Zack! Dann haben wir nämlich noch was nebenbei zu machen. Und wir haben hier nämlich noch eine Gouda, die schon ein bisschen fertig gebaut ist. Wenn ich da oben was austausche, dann wird wahrscheinlich dieser, dieser, ähm, Fortschritt, den wir ja schon haben, irgendwie, ähm, wieder negiert. Aber, ähm, ich könnte diese Rakete benutzen, also diese Mondrakete 1, die ein bisschen mehr Schub hat und da oben einfach einen Satelliten draufsetzen. Für diesen Auftrag, den wir jetzt gerade angenommen haben. Ähm, und das mache ich jetzt, glaube ich, als erstes mal. Ein bisschen reinkommen, einen kleinen Satelliten bauen, ähm, mit Technologie, die wir bereits beherrschen. Und, äh, dann können wir auf Venus Flyby warten. Und dann ist Mars, sind noch 400 Tage in der Zwischenzeit, sollte das ein oder andere erforscht sein. Und dann können wir vielleicht auch nochmal auf die, auf den Mondländer gucken. Ich weiß nicht, ob das schon reicht, wenn wir hier Early Interplanetary Avionics and Probes, äh, erforscht haben. Ob das schon reicht oder ob wir dafür noch mehr brauchen. Vielleicht müssen wir auch ein neues Launch Vehicle bauen, das ein bisschen mehr Nutzlast hat. Na, dann machen wir doch mal hier, ähm, die Rakete, die wir schon fertig gebaut, äh, nicht fertig gebaut haben. 6,22 Prozent, so viel ist es nicht. Ähm, gehen wir da doch mal rein und, äh, setzen da mal einen Satelliten drauf, um diesen Auftrag, den wir gerade angenommen haben, zu erfüllen. Für ein bisschen Kohle. Da gibt es nämlich ganz gut Kohle für. Und dann kann ich wieder guten Gewissens nochmal Punkte raushauen für Forschung und für die Bild-Cue. Äh, oh Mann. Das ist unsere, ja richtig, das war unsere Mondrakete 1, ne? Ähm, ich kann mich noch dunkel daran erinnern. Der Gerät, ich glaube, der hier war es. Und dann verbinden wir die mal. Und dann habe ich hier, dann haben wir hier einen Satelliten, der unseren Auftrag erfüllen kann. Und da, da können wir vielleicht auch noch, äh, eine kleine Stufe drunter setzen. Aber ich glaube, äh, diese obere Stufe reicht vollkommen aus, ähm, um den Satellitenauftrag zu erfüllen. Gucken. Kommsat-Payload von 213. Oh Mann, ey, 214. Ja, alles klar. Dann nehmen wir, dann ist dieser Satellit jetzt gerade granatenvoll geknallt. Mit 214, äh, Units Kommsat-Payload. Äh, sehr schön. Wir müssen eine sehr hohe Umlaufbahn, hohe Inklination. Aber das schafft unsere Mondrakete ja total locker. Äh, und was wir auch noch machen können ist, äh, wir haben jetzt hier vier Solarzellen. Da reichen vollkommen zwei Solarzellen, um das mal, ähm, ein bisschen zu beschleunigen. Und Wissenschaft müssen wir auch nicht mehr groß sammeln. Das heißt, die Dinger hier oben können weg. Der muss einfach nur in der Umlaufbahn geballert werden. Und, äh, dann können wir diese Rakete weiterbauen. Weil ich hab mir ja geschworen, wir machen das nicht mehr. Ähm, wir simulieren das jetzt einfach mal. Äh, und gucken, äh, probieren das aus, ob wir das mit dem Orbit auch schaffen. Also, ja, äh, simulieren. 47 Grad Inclination. Das brauchen wir, äh, aus dem Dings. Und jetzt gucken wir mal, ob das, äh, äh, ob das funktioniert. Das müsste eigentlich hinhauen. Wenn ich das so starte, stuf doch mal durch bis Stufe 1, ob du das, äh, ob du das so hinkriegst. Und dann machen wir ja Engage Autopilot. Genau. Also, wir, das funktioniert so nicht. Also, wir können nicht einfach hier die, die Werte eintragen und, äh, äh, dann wird das gut. Das heißt, wir müssen es ein bisschen anders machen. Aber das ist jetzt schon mal auf jeden Fall eine gute Lernerfahrung. So funktioniert es also nicht. Ne, wir sind hier, Apoapsis soll er jetzt auf, äh, auf 7000 hochheben. Ähm, und das funktioniert halt einfach so nicht. Und er bräuchte hier, das zeigt er mir hier an, 9000 Delta V. Aber er hat halt nur 6500 Delta V in dieser letzten Stufe. Es könnte jetzt sein, dass es so gerade schafft. Aber ich glaube da nicht dran. Okay, jetzt zieht er das runter. Hier sind es 5000, da sind es noch 7000. Also, äh, die Diskrepanz wird, glaube ich, gerade kleiner. Aber ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war der hohe Start keine vernünftige Geschichte. Also, das wäre sinnvoll gewesen, ähm, wenn das anders abgelaufen wäre. Und jetzt macht er auch Dinge, die nicht besonders effizient sind, weil er nach unten burnt. Ähm, ja, wir kommen so nicht in den Orbit. Gut, dass wir es einmal, ähm, gut, dass wir es einmal simuliert haben. Wir machen mal, schick mich mal auf 950x950 mit einer Inclination von, äh, 47 Grad. Und du stu, also setz mich mal, ähm, auf diesen Pfad und du stufst bitte durch bis 3. Ja, wir werden es wieder nicht schaffen. Äh, auf Start zurücksetzen. 500x500. Wir sind jetzt schon wieder eine kleine Satellitenmission mal gerade am durchsimulieren. Und da sieht man, dass man mal gerade eben Dinge einfach nicht so, äh, nicht so einfach machen kann. Ähm, ich wähle jetzt einen niedrigeren Aufstieg, um mehr horizontale Geschwindigkeit aufzunehmen. Äh, und dann schaue ich mal, wo wir, wo wir sind, wenn der mittlere Booster ausgebrannt ist. Wir koppeln mal gerade ab. Und richten uns schon mal aus. Und coasten mal, weil Time-to-Apo-Apsis, äh, ist noch eine Weile. Und, äh, dann können wir auch ein bisschen, weil der obere Stufe brennt nur 2 Minuten. Also, ich würde jetzt ungefähr so bei, wenn wir hier Time-to-Apo-Apsis sind, bei, äh, 2 Minuten würde ich tatsächlich mal brennen. Jullitsch, einmal nach vorne und Zündung. Dann gucken wir mal, wo wir denn hinkommen. Ähm, auf jeden Fall steigt unsere Apo-Apsis, so soll es sein, und die Peri-Apsis auch. Wir sind vor dem höchsten Punkt. Das heißt, wir schieben jetzt auch unseren höchsten Punkt weiter nach vorne, weil ich in Richtung unseres Bewegungsvektors brenne. Und da müssen wir über 900 kommen. Und mit dem anderen müssen wir über 6000 kommen. Also, äh, über, also in die Nähe von 7000. Da gucken wir jetzt mal, wie das so funktioniert. Aber dafür müssten wir noch, äh, genug Delta-V haben. Ich mach mal vierfache Zeitbeschleunigung, das müsst ihr eigentlich hinkriegen. Ähm, aber wahrscheinlich hätte ich nicht coasten sollen, merke ich gerade. Jetzt die Frage, haben wir noch genug Brenndauer, um hier über 900 Kilometer zu kommen? Und ich fürchte fast nicht. Ja, wir hätten nicht coasten müssen. Wir, äh, wir hätten nicht coasten sollen. So einfach funktioniert dieser Satellitenauftrag nämlich nicht. Passiert genau das, was ich vermeiden wollte, dass wir, ähm, hier noch was dran bauen müssen. Aber so ist es jetzt. Das hier ändern wir in Near Earth. Einfach noch einen Tank. Und, äh, wir machen ein bisschen RCS-Fuel dran. Ähm, mit unserem, mit unserer vertrauten Antriebsdüse, die wir schon kennen. Mit der hier. So, dann haben wir da oben nochmal 600, äh, Delta-V drin. Jetzt brauche ich noch, äh, RCS irgendwie da so. Jetzt haben wir schnell einen Satelliten zusammengeschustert, der das hoffentlich kann, äh, dass wir in einem vernünftigen Burn hochkommen. Ey, es ist, äh, mal eben noch so einen kleinen, äh, einen kleinen Satelliten fertig machen, ne? Funktioniert halt nicht. Das müsste jetzt gehen. Also, was jetzt mein Plan ist, ist, ich werde, äh, die Sachen, ähm, so weit fliegen, wie es geht. Und wenn ich, äh, äh, Peri-Apsis und Apo-Apsis, ähm, äh, einigermaßen geflogen habe, dann warte ich und cruise mit der letzten Stufe, die wir noch haben und zünde die dann an einem sehr, sehr günstigen Ort, um quasi meinen Orbit final anzupassen für den Satellitenauftrag. Und in der Apo-Apsis machen wir, äh, quasi eine Stufentrennung und, äh, heben unsere Peri-Apsis an und dann haben wir es. Habe ich jetzt einfach mal Zündung gemacht, Ausrichtung in, äh, die Richtung und wir verbrennen unser Delta-V und heben hier unsere Peri-Apsis an und schauen mal, ob wir so den, ähm, Contract, ja, Peri-Apsis über 900 Kilometer. Müssten wir mit dem bisschen Delta-V, was ich da oben reingepackt habe, locker hinkriegen, also. Also, das hier, ich habe es getoolt, Safe Edits. Und jetzt haben wir eine Gauda-Rakete umgebaut, ähm, für einen Satellitenstart. Und jetzt gucken wir mal, was als nächstes kommen muss. Also, als erstes, Venus Flyby dauert noch 104 Tage. Den schiebe ich mal nach oben, der braucht noch 155 Tage. Okay, da, da haben wir uns überhaupt nichts gespart, da hätten wir auch einfach eine komplett neue Rakete bauen können. Na toll. So, wir brauchen noch 104 Tage. Wir haben noch 196 Tage, bis wir zur Venus müssen. Wenn wir das ausrollen, brauchen wir auch noch mal 15 Tage, bis wir starten können. 104 Tage, 15 zum Ausrollen. Es würde Sinn machen, wenn wir erstmal den Venus Flyby, äh, dass wir erstmal diese Geschichte quasi fertig bauen. Und dann könnten wir vielleicht auch noch mal reingehen und den Venus Flyby editieren, auf die bessere Sonde upgraden. Und in der zweiten Bau-Q wird hier die, äh, COMSAT-Geschichte gebaut. Hier wird die Tech erforscht, Early Interplanetary Avionics and Probes, 93 Tage. Wir haben, weil wir den COMSAT-Auftrag angenommen haben, ein bisschen, ähm, bisschen Kohle gekriegt. Jetzt würde ich noch mal ein paar, ähm, Punkte kaufen, nämlich so 8, dass wir auf 400.000 sind. Und davon stecke ich 5 in R&D, 1, 2, 3, 4, 5 und 3 ins VAB. Jetzt sind wir bei 86 Tagen für Interplanetary Avionics and Probes und hier brauchen wir noch 103 Tage. Dann würde ich jetzt mal sagen, ähm, Tech braucht noch 86 Tage und die Rakete, äh, noch 103. Das heißt, wir machen jetzt erstmal, äh, warpen wir zum nächsten Tech und werden wahrscheinlich mal die Sonde anpassen. Oh, und, äh, unsere Satelliten um die, um den Mond haben wieder unglaublich viel Wissenschaftspunkte, äh, gesammelt. Wir haben jede Menge Forschungscredits bekommen und, äh, die können wir ja mal, ähm, jetzt hier direkt auch mal einsetzen, ähm, würde ich, äh, sagen, wäre jetzt mal an der Zeit. Und wir haben Upgrade-Punkte gekriegt, cool. Äh, einen in R&D und einen ins VAB. Wir gucken jetzt als erstes mal in den, äh, in das Venus Flyby-Ding, was noch 17 Tage, 22 Stunden zu bauen hat. Wir gucken mal, ob wir das editieren. Oder was heißt, wir gucken mal, ob wir das editieren. Wir editieren das jetzt und setzen die bessere Interplanetary Probe da drauf. Hier oben haben wir Switch to Early Interplanetary Avionics. Im Moment sind wir hier, das können wir hier sehen in dem kleinen Tooltip. Ähm, eine Tonne controllable Maß, da sind das 112 Kilogramm wiegt das Ding und Power Consumption sind 72 Watt. Wenn wir hier drauf gehen, dann, äh, wird die Masse einfach mal fast 20 Kilogramm weniger und 10 Watt weniger Stromverbrauch. Hm, das ist nicht wahnsinnig viel. Aber jedes Gramm zählt, würde ich einfach mal sagen, oder? Also, zack. Und anlocken müssen wir das eh. Jetzt ist die Sonde einfach mal, verbraucht ein bisschen weniger Strom und ist leichter. Und das machen wir jetzt mit allen, ähm, Sonnen, beziehungsweise die Maßsachen gucken wir uns später auch nochmal an. Jetzt machen wir Safe Edits. Gauda, die ComSat-Rakete ist auch schon ordentlich weit gebaut in der zweiten Building Queue vom, äh, VAB. Das ist ganz schön. Das heißt, die können wir auf jeden Fall vorher starten, bevor wir die Rakete zur Venus ballern. Wenn wir die nach oben ziehen, wie sieht's dann aus? Ja, dann wird die Venus auch fertig. Das heißt, wir könnten erst die, ähm, ComSat-Geschichte fertig bauen und die starten, theoretisch. Das könnten wir jetzt gleich machen. Genau, wir starten erstmal die ComSat-Geschichte und kümmern uns dann um Venus. Und wenn wir das fertig haben, dann gucken wir uns Mars an, weil das ist noch 329 Tage entfernt. Aber vorher wählen wir ein bisschen was aus, was Wissenschafts, äh, Dingsi-Bumsi angeht. Ähm, hier haben wir Early Interplanetary Avionics and Probes. Improved Avionics könnte sich durchaus lohnen. Da kriegen wir, ähm, auf jeden Fall auch nochmal, äh, einen Upgrade, was, äh, was Masse angeht und Stromverbrauch und so weiter und so fort. Das heißt, äh, Improved Avionics möchte ich auch auf jeden Fall haben. Äh, RL-10 ist das nächste. Und RL-10 Upgrade. Da hat ja Wurstsalat gesagt, RL-10 sollte ich mal nehmen. Das ist Hydrolox Engines. Und, äh, das finde ich auch eine, äh, sehr, sehr gute Sache. Hydrolox Engines. Und dann haben wir noch 93 und dann würde ich auch Improved Flight Control nehmen, weil damit kriegen wir, ähm, damit kriegen wir erstmal noch eine neue schöne Monopropellant, äh, Triebwerk. Und sonst nichts. Da kriege ich noch kein Hydrazin, ne? So. Das erforschen wir auch. Äh, Hydrolox Engines. Improved Avionics kann ich eigentlich auch mal wieder nach oben, weil das wird uns, ähm, auf jeden Fall helfen. Improved Avionics unter First, äh, RTGs. Und dann Prototype, ah, Orbital Rocketry müssen wir auch noch erst erforschen. Ähm, das heißt, das schieben wir auch mal nach oben. Da kümmern wir uns später drum. Das haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal ausgegeben. So. Satellit starten. Warp 2. Und da haben wir schon wieder ein paar Wissenschaftspunkte bekommen. Sehr schön. Und dann können wir direkt hier, äh, oh, der Rollout dauert nur acht Tage. Äh, acht Tage. Okay. Hatte ich länger im, äh, im Kopf. Und hier wird jetzt auch direkt, äh, die Venus weitergebaut. Und, äh, schon an der Mars wird gebaut. Nur noch vier Tage. Das heißt, die Venus ist auch relativ schnell fertig. Das ist sehr, sehr cool. Ähm, dann können wir im Prinzip hier auch schon in die Reihe ein neues Launch-Vehikel hinten einreihen, um das zu bauen für das nächste Stück, was wir in irgendeiner Form nach oben ballern. Nicht, dass, äh, unser VIP aufhört, irgendwas zu tun zu haben. Okay. Ähm. Ähm, genau, Warp 2 Complete. Da haben wir die Venus fertig gebaut. Die ist in Storage. Das heißt, die können wir auch ausrollen. Noch 76 Tage bis zum Launch-Window. Aber jetzt rollen wir erstmal die andere Rakete aus und die anderen beiden werden gebaut. Sehr schön. Dann rollen wir die mal aus. Oh, und wir haben wieder Wissenschaftspunkte gekriegt. Ein Upgrade. Äh, stecken wir ins VAB. Und, äh, at Bigger Launchpad ist die Geschichte für ein Com-Set. Und dann werden wir die doch jetzt erstmal starten. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich benutze jetzt komplett MacJab, um das Ding hier zu starten. Bin mal gespannt, ob er das so hinbekommt in den Zielorbit. Äh, und ich mach mal Engage Autopilot. Ich bin sehr gespannt. Ich traue der ganzen Sache nicht. Okay. Coasting. Okay, er coastet. Naja, aber okay. Ähm, MacJab kriegt das hin. Also, er hat uns auf die richtige Fährte gesetzt mit dem, äh, mit der Stufe hier. Und im Prinzip müssen wir, ähm, ich kann mal Disengage Autopilot machen, weil ich will jetzt nicht so lange warten. Weil das mit dem Vorspulen anscheinend nicht so gut klappt. Ähm, fliege ich mal hier in den höchsten Punkt. Ähm, und mach schon mal ausrichten. Und dann machen wir das, ähm, fliegen wir das Manöver alleine. So. T. Und einmal ausrichten. Und dann müssen wir nur noch das Triebwerk zünden, wenn wir richtig ausgerichtet sind. Und dann haben wir den COM-Satelliten gestartet. Yeah. Und da unten ist unsere Stage. Ja. Und, äh, wir müssen jetzt nur, äh, Periapsis über 900. Und das kriegen wir ohne Probleme hin. Hier. Und da sind wir jetzt gleich über 900. Wir hätten noch viel mehr Delta V hier drin. Aber wir müssen ja nur diesen Auftrag erledigen. Für Geld. Und dann widmen wir uns der Venus-Geschichte. So, ich hab jetzt gelernt, man kann Mach-Jab mit der Ascent Guidance tatsächlich vertrauen, wenn man eine Coasting Phase einbaut. Äh, dann fliegt er das alleine. Das ist, äh, ziemlich cool. Einfach mehr Vertrauen in Technik, André. Contract has been completed successfully and the satellite has been transferred back to the customer. Ja. Sehr schön. Das heißt, wir haben einen Auftrag erledigt und haben Geld dafür bekommen. Yay. So. Venus-Fly-By dauert noch ein bisschen. Wir haben Rollout. Ja, das hier, weil dieses Ding relativ schwer ist, unser Launch, äh, äh, Launch-Vehikel. Ist relativ schwer, ähm, dauert das 17 Tage zum Ausrollen. 17 Tage und 6 Stunden. Wir haben noch 72 Tage bis zum, äh, Launch-Window. So, ich mach erstmal Auftrag abgeschlossen. Jawohl, das gab gut Geld. Und Technologie wird erforscht noch 51 Tage. Hier oben, ähm, achso, erstmal muss das Launchpad reconditioned werden. Das heißt also, wir machen mal Warpen dahin. Und dann kann ausgerollt werden. Okay, aber damit warten wir jetzt noch ein bisschen, äh, 50 Tage. Wir könnten, äh, first RTG, ähm, erforschen und dann einfach mal ausrollen. Dann sind wir ein klein wenig vor dem Startfenster und können dann, äh, direkt mal hochfliegen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das so funktioniert. Okay. So, ich mach eh, glaube ich. So, ich mach. So, ich mach. Vielen Dank.